Philipp Plein gehört zu den erfolgreichsten Modedesignern Deutschlands. Der 45-Jährige betreibt Luxusshops auf der ganzen Welt. Und auch privat läuft es super. Im Mai 2022 bekommt er zusammen mit Freundin Lucia Söhnchen Rocket Halo Ocean. Es ist das zweite Kind für den Designer. Und noch einen Traum hat sich Philipp Plein erfüllt, wie er im Interview mit Bunte Life erzählt. Es war schon immer mein Jugendtraum, in Los Angeles ein Haus zu haben. Und seitdem ich 16 Jahre alt bin, jetzt bin ich 45, musste ich mir irgendwann ermöglichen diesen Traum. Haus ist bei diesem Anwesen etwas untertrieben. Das Chateau Falcon View gehört zu den teuersten Villen der USA. Angeblich hat es mehr als eine Viertelmilliarde Dollar gekostet. Seit sieben Jahren baut der Modeschöpfer sein Traumanwesen. Mein Haus ist gerade so weit fertig, das Gästehaus zumindest, dass es so weit ist, dass man das erste Event stattfinden lassen kann. In einer Modenschau präsentiert er extravagante Red Carpet Looks. Und als extravagant könnte man auch das Chateau Falcon View bezeichnen. Es hat sogar seinen eigenen Instagram-Account, auf dem Philipp Plein auch private Einblicke gibt.